Ich freue mich, Sie im Namen der FH Wiener WKW recht herzlich hier zu unserer diesjährigen Sponsion willkommen zu heißen. Ich vermute mal, dass vor allem bei Ihnen, liebe Berufsbegleitungsstudierende, so 60, 70 Stundenwochen eher die Regel, denn die Ausnahme waren. Und Sie alle haben vermutlich auf viel Freizeit mit Ihren Freunden, lieben Angehörigen und Familien verzichten müssen. Und dennoch haben Sie es geschafft und sitzen hier und werden heute Ihre Diplome erhalten. Albert Einstein hat einmal gesagt, Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung. Eine solche hervorragende Leistung haben Sie in den letzten Jahren vollbracht. Dazu herzliche Gratulation. Ich möchte mich bei Ihnen persönlich und auch im Namen des MARS-Teams für die gute Kooperation bedanken. Wir durften viel von Ihnen lernen. Ich hoffe, Sie auch ein bisschen von uns. Und möchte Ihnen meine herzlichste Gratulation für Ihre Leistungen darbieten und sage einfach Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.